Musik Wir hatten heute Europa im Dialog. Das ist ein Bürgerforum der Bayerischen Staatsregierung. Und was ich vor allem ganz wichtig finde, es waren wieder sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler dabei. Musik Dann gibt es die Abendveranstaltung als Bürgerforum, wo einerseits die Schülerinnen und Schüler dabei sind, aber eben auch Bürgerinnen und Bürger. Und gemeinsam ist es dann so, dass man diskutiert, dass einerseits das, was in den Workshops vorbereitet wurde, an Fragen gestellt wird und die Möglichkeit über ein Computersystem im Slido auch abzustimmen. Musik Ich nehme mit, dass wir wirklich junge Menschen haben, die sich für Europa interessieren. Ich nehme auch mit, dass sich viele auch wirklich als Europäer fühlen. Ziel dieser Veranstaltung ist es, mit den Bürgern in den Dialog zu kommen zum Thema Europa, und zwar in den unterschiedlichsten Facetten. Und das ist uns heute sehr gut gelungen. Musik 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 Vielen Dank.